Setzt euch auf euren Auspuff. Heute lernen wir etwas darüber, wie verschiedene Kulturen auf der Welt die Feiertage begehen. Also aufgemerkt! Ich hörte, Weihnacht gibt es dort im Mittelosten nicht. Kein Baum, kein Schnee, kein Weihnachtsmann, da hat der Glaube ein anderes Gesicht. Dort glaubt man nur an Allah, kein Feiertag ist dort frei. Drum fahr ich im Dezember in den Mittelosten hin und schrei. Hallo Mr. Moslem, fröhliche Scheißweihnacht, Koran hat jetzt mal Pause, weil Weihnachten mehr Spaß macht. Falls du's noch nicht wissen solltest, Jesus ist heut geboren. Los, heb den faulen Moslem-Arsch in zwei, an wir von vorn. Man kennt die stille Adventszeit in Indien doch nicht. Da schmückt man keine Bäume, entzündet auch kein Licht. Sie lesen keine Weihnachtsbücher und sie singen auch nicht stille Nacht. Drum sag ich in diesem Dezember allen in Indien ganz sacht. Hallo Mr. Hinduist, fröhliche Scheißweihnacht. Trinke Knob und iss mal Fleisch, ich weiß, dass dich das Hai macht. Falls du's noch nicht wissen solltest, Jesus ist heut geboren. Los, heb den faulen Hindu-Arsch in zwei, an wir von Haaren. Japan ist dafür bekannt, dass man dort auf Sünde baut. Man betet Götter an und steckt sich Nadeln in die Haut. Heiligabend gibt's nur eins, einen Kuchen und das war's. Und deshalb muss ich nach Japan gehen, ich sag es nicht aus. Spaß! Hallo Mr. Shintoist, fröhliche Scheißweihnacht. Gott schickt dir einen Arsch drin, du schnitzäugiger Heidensack. Wer sieht, was es zu tun gibt, der rammt und tummelt sich. Freut euch alle mit Herrn Jesus, frohe Scheißweihnacht sind ich. Am Weihnachtstag, da fahr ich um die Welt und sag. Taus, Krishnas Atheisten, alle sind sie gleich. Frohe Scheißweihnacht für euch. Danke, Mr. Zylinder.